Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein Angebot von FIPUR, der grünen Altersvorsorge. Und ja, für junge Menschen machen wir nicht so viele Gedanken drüber. Und wenn sie in Altersvorsorge abschließen, ist sie manchmal nicht grün. Was bedeutet das eigentlich, grüne Altersvorsorge? Was kann man da tun? Was gibt es für Möglichkeiten für junge Menschen? Da würde ich vorschlagen, schreibt einfach an FIPUR. Und die werden euch perfekt betreuen. Das ist ein ganz liebes, junges Team auch noch. Und die idealistisch sind und nicht so starr oder konzernmäßig. Es ist einfach total locker und genauso für unsere Altersgruppe geeignet. Und ja, lasst euch beraten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch eine grüne Altersvorsorge abschließen würdet. Und dann, man wird cooler als verrückt. Schönen Tag. Ciao.